So, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test hier auf dem Kanal, nämlich von There came an Echo, was ein Strategie-Shooter ist, so Strategie-Spiel-mäßig, aber was die Besonderheit hat, dass man das Ganze über Sprachstörungen machen kann. Das heißt, wir werden jetzt in die Rolle, glaube ich, ich habe es ja nicht angespielt, von einem Officer oder einem Commander gehen, der seine Truppen auf dem Schlachtfeld anführt. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt hier, okay, Sprachkalibrierung, sprich jetzt mit normaler Lautstärke in dein Mikrofon, achte darauf, dass sich der Balken im gelben Bereich bewegt, aber nicht in den roten hinein. Sage laut und klar, um die Spracherkennung zu starten. Ha, das ist aber frech. Ähm, das Ding ist bloß, ich hatte, ich hatte hier jetzt mehrere Mikros dran, ich habe einmal das Mikro für meine Webcam und einmal das Mikro, was jetzt gerade vor mir steht. Sprachempfindlichkeit, Sprachempfindlichkeit, klicke hier, um dein Standardaufnahmegerät zu ändern. Ähm, also, ja. Äh, jetzt hat er das, jetzt hat er hier das, ne? Hier, hallo, hallo, hallo. Er hat, glaube ich, jetzt Dings dran. Standardaufnahmegerät zu ändern, bist du behindert? Aber jetzt hier. Test, 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 test. Ja, er hat das fucking... Das rafft ja gerade gar nicht. Das ist ja, das ist ja nicht frech. Sprachkalibre, klicke hier. Äh! Aber muss ich halt brüllen. Klicke hier, Mensch, nicht. Klappt ja super. Laut und klar. Äh, Test, ne? Jetzt hier kann ich hier sprechen. Geht das wirklich auf Deutsch? Das ist ja cool. Alles klar. Wie auch immer. Ähm, äh... 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 Mikrofon launchstärke 100%. Okay. Das sollte so klappen. Alright, dudes. Let's do this. I said motherfuckers. 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 Okay. Okay. So. Spielen. Was war das? Hier sind ein paar Tipps, um sicherzustellen, dass du das bestmögliche Spielerlebnis mit Derek Cameron Echo hast. Benutze ein Headset-Mikrofon für hohe Audioqualität. Nee. Aktiviere Push-to-Talking-Optionen, wenn du dich in einer lauten Umgebung auffällst, oder... Ehrlich, hör auf mit dem Geschrei. Ich mach da gar nichts. Ich mach das. Ich will nicht spielen mit Dice. Ich will nicht. Ich will nicht. Du bist ein Kommandant, gib Befehle ruhig und selbstsicher, achte darauf deutlich zu sprechen. Ich will nicht auf sechs Schotter sehen. Ja. Du solltest ja sagen. Oder affirmativ, vielleicht. Okay, wir sind online. Ich bin Val. Ich will die primärische Kommunikation mit dem Feld. Du hast nur den taktischen Unterstützung. Das ist das einfache Teil. Du bist ausgeschlossen. Okay. Wenn du eine Kommandantantin direkt zu einem Feldunit hast, sagst du den Namen des Soldaten und dann den Kommandant. Es ist ziemlich einfach. Wahl halt die Fresse. Sei ruhig. Sei ruhig. Val. Val, sei ruhig. Nein. Aber guter Job, ich glaube. Danke. Hilf Korin fliehen. Sehr ruhig. Ja, okay. Ähm. Ja, du hast die falsche Nummer. Huh. Ich glaube, du hast eine Matrix. Mr. Anderson, was nützt die in deinem Mund, wenn sie nicht in der Lage sind zu sprechen? Korin, du solltest wirklich hören. Es ist nicht ein falsches Nummer. Well, ich will nichts kaufen, also... Korin Webb, 27 Jahre alt, employed at Ignite Defense in Santa Monica, California. Developer of Radiolock. You're in your office at the moment. There's a half full coffee cup to your right and a penholder with three pens in it. One of them is missing a cap. Who is this? Someone watching a screen on which four very unfriendly looking men are heading up to your office. Jesus, what? What do they want with me? Radiolock. It's an open source algorithm. You can look it up on Wikipedia. Uh, sorry. I need to use complete sentences. They want you to break Radiolock. It can't be broken. The problem with all locks, Korin, is that they were made to be opened. There isn't even any hardware that can run it. I-I can go with them. Explain why... They're not here to talk, Korin. And when they're done with you, they'll probably kill you. Not for fun, even though it might be fun. Why should I listen to you? How do I know you're not lying to me? You don't, Korin. But you have 50... no, 48... 47... Uh, you have seconds before they show up at your door. Ugh, fine! Where do I go? My friend here is going to tell you what to do. Just listen and you'll be fine. Hopefully. Okay, here are the would-be-assailants. Right now you need to get Korin out of his office to a safe location. There's an empty office down the hall, number 623. To issue a movement command, you need to call Korins name, then the command move to, and then the location in question. Go for it. Korin, geh zu Büro, 623. Korin. Korin. Hey. Korin, geh zu... Geh aus, geh raus. Korin. Hier, geh raus. Korin. Hörst du mir zu? Korin! Korin, geh aus dem Raum. Korin, geh bitte aus dem Raum. Korin. Geh aus dem... Korin. Hey. Hey. Hey, Korin. Korin, geh aus dem Raum raus und zu Raum... Hörst du mir zu? Du bist ein bisschen laut, Sam. Sie haben dich zu verstehen. Korin, geh aus dem Raum. Korin, geh zu Büro, 623. Korin, geh aus dem Raum raus. Ich sag's nicht nochmal. Korin, geh aus dem Raum raus und zu Büro, 623. Das klappt ja super. Wir haben einen Befehlverweigerer hier, ja? Alles klar. Ich kann so nicht arbeiten, ja? Korin, du gehst jetzt aus dem Raum. Korin, geh zu... ...Büro, 623. ...Korin, geh zu Büro, 623. Korin, geh zu Büro, 623. Kann doch nicht wahr sein. Mach mal was. Der hört nicht auf mich. Du bist ein bisschen laut, Sam. Sie haben vielleicht Probleme, dich zu verstehen. Sie sind nicht bewusst, Sam. Sei ruhig, wer. Korin, gehe aus dem Raum. Geh hin zu Büro, 623. ...Korin, geh aus deinem jetzigen Raum raus und geh zum Ende des Flures. Hier, jung. Hier, komm. Hier. Korin, Korin, geh zu Büro, 623. Endlich. Das hab ich ganz nicht gesagt, Mann! Der Kode zur Tür ist 109324. Oder muss ich echt auf Englisch reden? Das hab ich ganz gesagt, Mann! Gehe auf mein Zeichen zur nordöstlichen Treppe. Du bist ein bisschen laut, Sam. Sie haben vielleicht Probleme, um dich zu verstehen. Hey Corin, geh auf mein Zeichen zur nordöstlichen Treppe. Auf mein Mark? Geräusch? Ich bin ein Kryptografer, nicht ein Marine, du Idiot! Go! Los. Gut doch. Jesus! Oh, du kannst sagen Pause Game, wenn du eine Pause musst. Hm? Hm? Äh, nach links. Links. Rechts. Rechts. Zurück. Du Noob. Ich dachte von mir aus. Okay. Nach rechts. Links. Äh, links. Rechts. Nein! Doch! Ah! Rechts. Das Konzept ist cool von dem Spiel. Muss ich mal sagen. Top. Also bei so einem Commander kann auch einfach nichts schief gehen, ja? Will ich mal, äh... Stell sicher, dass du jederzeit einen Soldaten hast, der sich um die feindlichen Scharfschützen kümmert. Diese Schüsse können verheerend sein. Moge. Gut. Ja, naja. Ich zeigere mich, wenn ich um mich zu verabschieden und zu verabschieden werde. Wenn du Korin brauchst, um plötzlich zu verabschieden, wie die Statuen, dann sagst du Position. Okay. Oder nicht. Korin, alles, was du tun musst, ist, nach dem 3. Level des Parkingarages zu gehen. Von dort können wir dich zu... Nein! Nein! Schau, keine Offenheit, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist oder warum du mich hast. Ich gehe zur Polizei. Das ist eine schlechte Idee, wirklich. Just awful. Sauber, Frau. Aber danke für die Hilfe. Das ist ein Schmerz. Ich rufe ihn mal zurück. Hallo! Gott! Verdammt! Hör auf und hör auf! Es gibt einen schwarzen Sedan, der für dich auf dem Parking-Level 3. Seine Rehr-Passenger-Side-Door ist ört. Geh! Ich denke... Ich denke, ich kann nicht. Du kannst unsere Anrufe folgen, Korin, oder du kannst dich getötet. Dein Telefon. Ich bin okay. Ich bin okay. Du bist willkommen. Du bist willkommen. Ich bin schwarzt. Ich denke, ich brauche einen Doktor. Du bist okay. Das war nicht ein Blut, das war in der Energie-Energie-Direktion. Du bist sehr schlecht verletzt, aber es war ein Schmerz. Es ist eigentlich eine wirklich coolte Technologie. Sie accelerieren die Hydrogen-Ions... Ich bin nicht interessiert. Ich interessiere, wo dieser Auto geht, wer diese Leute sind, und wer du bist. Du sagst mir all diese Dinge, oder ich werde, aus der Tür, und in der LAPD-Station, in der nächsten LAPD-Station, in der nächsten Red Light. Also, wer ist das Ding? Ich bin, aber ich habe alle die Tür. Es war... von Stockholm-Syndrom, aber wenn du denkst, du kannst mich... Korin, hör auf mich. Ihr Algorithm hilft, ein sehr gefährliches Daten. Sehr gefährliches. Nein, es ist nicht. Ich habe schon gesagt, die Hardware brauchen, die Radialock nicht existiert. Ja, es ist, Korin. Hm. Wenn die Hardware existiert... Es ist. Wenn... Dann kannst du... Ich weiß nicht, es zerbrechen oder etwas? Selbst wenn wir wissen, wo es war, ein System wie das dass die Daten verbunden sind. Wir müssen nachdenken, die Terminale zu finden, und dann musst du die Radialock zu brechen. Okay, stop. Es gibt eine Mathematische Prüfung zeigen, warum die Radialock ist nummerisch nicht möglich zu brechen. Es kann nicht sein. Sie werden nicht stoppen. Und warum, ich frage mich? Du bist so wichtig auf springen mit meinem Hilfe? Ich... kann nicht sagen. Wissen, was mehr zu tun, könnte dich in gefährdet. Keine 필요e, ich sage. Hm. So, du helfen? Danke, ich versuche. Ich helfe mir selbst. Und, was ist dein Name, von der Seite? Ich bin Val. Schön, dich zu treffen. Und dein Partner. Das ist Sam. Sag, Sam. Hi. 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 Uh. Hi. So, was jetzt? Wir gehen nach LAF, dann nach Seattle. Wir haben ein Sicherheitshaus und es gibt jemanden in der Ebene, die ein paar Informationen haben. Es gibt ein Höhepieße auf dem Passengerseite. Es ist dein. Happy... Geburtstag. Lass sie auf. Eine Hörmuschel. Zieh sie. Zieh die Hörmuschel an. Done. Und ist all diese Militärkode-Kram wirklich notwendig? Ich bin sorry, es geht zu Sam. Sam, wenn du die Behörungen kannst du das in der Aufmerksamkeit? Ja. Dinge, die in den Flugzeugen Dein Flugzeug ist in 40 Minuten. Gate 33A in Seattle. Alles klar. Alles klar. Gehe zu. Greift an. Greift an. Bleib da. Wenn du ähnlich klingende Kürzel verwendest, kann das die Trefferrate der Sprache noch verschlechtern. Bleib da. Fortfahren. Weiter. Nein! Ich würde es bloß vorlesen. Zurück. Also ohne Witz. Hier mache ich zwei. Einfach die Gewohnheit halber. Pistole. Wie geht das? Wo ist das nicht drin? Pistole. Weiter. Zurück. 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 Stopp. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Nein. Und du bist in der Mitte. Ach. Ach. Ich mache das nicht. Korn, wir kommen. Gehen nach der Mannschaft. Jetzt. Du... Wait, was? Der Mannschaft? Alle aus dem Terminal. Gehen. Es sollte ein Doppel-Bag unter dem Ritmo Sink sein. Es ist ein Power-Pack und eine Kugel. Du musst dich schritten. Warum werden wir dich so schnell finden? Er ist noch in da irgendwoher. Sam. Er sagt ihm, dass er seine Kugeln aufbauen. Wie mache ich das? Oh. Er... Es gibt einen kleinen roten Button auf dem Boden. Aktiviere den Schild. Korin aktiviert den Schild. Korin, Schild aktivieren. Korin, Schild aktivieren. Sch... Sch... Okay. Sam, ich habe eine Note auf der Karte gemerkt. Seine Schild werden ihm wissen, wo es ist. Die Schilder werden nicht die Schilder, richtig? Deine Schilder bleiben, bis deine Energie rauskommt. Ein paar Schilder werden nicht viel tun. Alles klar. Korin geht zu Alpha 1. Jetzt was? Hm, du hast eine Schilder und sie schütteln dich an dich. Sam, gib ihnen einen Hint. Es wird sie nicht töten, richtig? Nicht, wenn du in ein paar Fälle bist. Schütteln! Ich habe einen. Ich habe einen. Feuer auf 2. Zurück. Das ist cool. Deine Schilder sind stärker, also du sollst in Ordnung sein. Du sollst? Und ich bin aus dem Raum hier, Val. Ja, ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Korin, du kannst hier den Schildern flanken und erhöhen deine Geschwindigkeit. Geh zu Alpha 3. Geh zu Alpha 3. Korin, geh zu Alpha 3. Korin. Geh zu Alpha 3. Alpha 3. Geh zu Alpha 3. Geh zu Alpha 3. Geh zu Alpha 3. Geh zu Alpha 3. Korin, sie haben eine ganze Squad, die in die Termine kommen. Du musst jetzt gehen. Jetzt! Aber es gibt nur... Jetzt! Gerade Synle auch cube. Was im Z pamięt? Wege! Woah. iresaw washer. Was für怒 pairs zur Seite brauchen du Korin? Was? Korin, musst du es mitnehmen. Ich glaube nicht. Ich könnte haben jemanden. Genauso ein— Ich sitze! Ich beginne! Korin, weg. Geh raus! Er sah nicht sehr cool aus, aber er hat wahrscheinlich noch Freunde. Es gibt zu viele von ihnen! Ich kann nicht, woher gehen kann, Sam! Weiter! Fortsetzen! Zurück! Feuer auf 4! Für jemanden, der einfach möchte zu sprechen. Meine Männer können ein bisschen... ...zauberzellig, ich versuche. Ich werde öffnen Feuer, wenn Sie etwas näher kommen! Based auf einer meiner Beobachtung, ich bin nicht sehr schade. Das ist in Ihren besten Interessen, glaub ich. Korin, nicht! Was willst du? Wir müssen hier raus, jetzt. Entschuldigung? Wir haben nur ein paar Sekunden. Ich habe gesagt, dass ich negativ. Wenn sie... Okay, ich bin nicht die Double Agent-Line. Alistair! Front und Center, Soldat! Wut! Ich bin zu! Ich bin. Ich bin mit mir da, oder kommen hier, wenn die Musik losz. Ihre Telefon. Korin, du kannst nicht... Hier! Wut! Wir sind zum Tarmack! Wir sind in den Tarmak. Das ist eine 20-Foot-Dropel auf dem Konkret! 17 feet. Rollst du nach dem Boden. Verdammt! Los geht's! Sie sind gerade hinter uns! Corinne, ich empfehle dir, dich von dieser Frau sofort zu entfernen. Sie ist bei mir bei dem Moment, Val! Sie müssen gehen, Junior! Ich werde die Brüche von deinem Schmacken, bevor ich sie ihre Hande auf dich versuche. Also, move! Ich... ich versuche! Auf der Schmacken, move! Das passiert jedes Mal mit dir. Tatum, du bereitst zu gehen? Gut zu gehen, Frau. Geh uns in die Luft, und nicht mich so. So, warum hast du mich nicht töten? Entschuldigung? Du sagst, du möchtest, die Brüche von meiner Schmacken zu lassen, als dass sie mich beschädigen. Es scheint, die leichtste Lösung wäre, einfach zu machen. Die leichtste, ja. Und die wenigsten. Du kannst nur eine halbe, wenn du tot bist. Was? Du bist ein Schmacken? Ich liebe diese Worte. Ich bin ein Soldaten professionell. Meine Aufgabe war, zu joinen Ranks mit Farrick, zu befinden dich, und dann zu retten dich bei irgendwelchen Kosten. Also, nicht bei irgendwelchen Kosten. Nur die Zahl, die ich bezahlen habe. Farrick? Heather Farrick? Der, der versucht dich zu schädigen? Deine Farrick muss nicht sehr gut informiert werden. Ich denke, sie sind. Aber sie sehen nicht viel für die Beziehung. Figuren. Also, du bist ein Code-Breaker, oder? Code-Maker, eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie du, oder sie, über Radio-Lock herausbekommen. Ich habe es anonym. Warum anonym? Wollt die Rekognition wäre gut für deine Karriere? jemand, äh, überzeugt mich nicht so. Und, außerhalb, ein Quanten-Algorithm, das braucht Quanten-Konputing. Wir sollten uns seit Jahrzehnten weg von dieser Technik. Meine Farricks sagen so. Ich weiß nicht viel über Farrick, aber sie ist nicht verrückt. Wenn sie dich so schlecht, ist es real. Also, wenn du mich verpflichtet hast... Ich weiß nicht, wer er ist. Er hat das ganze Charly-Angels gemacht. Ich weiß nur, dass er wie Gott ist. Aber, wenn Gott existiert. Es gibt nichts außerhalb von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich mich einfach... Wenn ich so viele Zeros in meinem Bank-Account, Junior... Ich schaue meine Hände und mache das, was ich zu sagen. Speaking von dem... Debrief mich auf den Angriffen von Ignite. Debrief? Just sage... Ich mache es. Geh für die Gläser, bitte. Aber sie weg. Das ist gross. Ja. Sie ist verrückt. Und nein. Nein? Ich lasse dich nicht aufhören, versuchen, zu hacken in einem Terminal. Du warst nicht in L.A.X. Du warst nicht in L.A.X. Du wirst dich getötet. Wir gehen in die Gefahrung. Farrick hat Zugang an unvergleichbar resourcesen. Und ich kann sehr hoch. Wenn wir stehen, dann sie uns finden. Wahrscheinlich. Dann bleiben wir auf der Weg. Wir zwei Leute. Uh, drei. Wir haben nicht die Macht oder die Intelligenz zu machen. Ich weiß nicht, warum du sie versuchen zu helfen, Val, aber du machst eine sehr schreckliche Arbeit so far. Wir können ihre Kraft für ein wenig Zeit, aber sie werden nicht zuhören. Ever. Heather ist... Persistent. Ja, sie ist. Hast du ein Waffen? Wir gehen da jetzt. Sie gab mir die Koordinaten früher. By the way, ich bin Adam. Okay. Wenn wir da sind, Junior hier wird durch ein paar Basische Training. Ich werde nicht getötet, weil er denkt, die Basis-Kommandungen sind nicht auf Twitter. Wir werden in 70 Minuten landen. Nicht, dass niemand hört. Adam. Hör auf. Jetzt haben wir zwei. Wow. Val, wie hast du alles bezahlt? Ich weiß nicht. Wir sollten hier sicher sein. Entschuldige mich, wenn ich etwas skeptisch bin. Ich versuche. Pause. So, das war's für das heutige Let's Test. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war's das für den Test erstmal. Finde ich bisher sehr cool. Sehr cool gemacht von der Umsetzung her und sehr interessantes Konzept. Finde ich super. Ansonsten sehen wir uns dann demnächst neulich bei... Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.